Sehr geehrter Herr Bundesminister, traditionsgemäß lässt die Opposition bei der Beratung über den Justizhaushalt ja immer eine gewisse Milde walten. Das hat zum einen einen Grund darin, dass es eine ganze Reihe von Vorhaben, die Sie soeben angekündigt haben, gibt, die durchaus unsere Unterstützung finden. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Opposition natürlich ihrerseits an einer leistungsfähigen Justiz interessiert ist. Sind es doch häufig erst die Gerichte, die parlamentarischen Mehrheiten oder auch Verwaltungen Einhalt gebieten, wenn diese zuweilen geltendes Recht brechen oder in Einzelfällen dagegen verstoßen? Dass das vorkommt, haben Sie jüngst wahrgenommen bei den Kommentierungen von Beobachtungen von Bundestagsabgeordneten meiner Fraktion. Daraus folgt, die Opposition wird dem Justizminister zuweilen helfen und deshalb sollte umgekehrt gelten, der Justizminister sollte es sich mit der Opposition auch nicht verscherzen. Ich denke, da können wir Einigkeit erzielen. Es gibt eine Reihe von Gründen, die diesen Haushalt um so vieles wichtiger machen, als er bisher schon war. Zwei davon heißen NSU, Nationalsozialistischer Untergrund, und NSA, die amerikanische Sicherheitsbehörde, und die Enthüllungen Edward Snowdens. Ich denke, da geht es nicht mehr mit einem Weiter-so, da sind neue Ansätze gefragt. Wir müssen uns doch nur mal eins vor Augen halten. Während wir in diesen Minuten diesen Etat beraten, werden erneut Daten von Handys, von PCs, auch aus der Mitte des Parlaments, auf US-amerikanischen Servern gesammelt. Jetzt ist doch die Frage, wollen wir uns daran gewöhnen oder wollen wir uns dagegen zur Wehr setzen, wofür wir werden, meine Damen und Herren. Die Gefahr besteht doch darin, dass es sozusagen mit einer schleichenden Unterwanderung des Rechtsstaates bisherige Standards der Vergangenheit angehören. Deshalb denke ich, wir müssen die Idee des Rechtsstaates auch neu denken, um die Idee vom Rechtsstaat zu bewahren. Ich würde in dem Zusammenhang gerne die Bundeskanzlerin zitieren, die am 23. Februar 2012 auf der Gedenkveranstaltung für die Opfer des NSU zu den Hinterbliebenen gesagt hat. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären, um die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran arbeiten alle zuständigen Behörden in Bund und Ländern mit Hochdruck. Ende des Zitats. Es sind seitdem zweieinhalb Jahre vergangen. Die Untersuchungsausschüsse im Bundestag, im Thüringer Landtag und in anderen Landtagen brachten zutage, dass dieses Versprechen der Kanzlerin schon deshalb nicht erfüllt werden kann, weil nach dem Tod der beiden NSU-Terroristen Böhnhardt und Main mundlos ungezählte Akten vernichtet wurden. Ich frage mich, ob aus dem Versprechen der Bundeskanzlerin einerseits und den massiven Vorwürfen der Untersuchungsausschüsse an Verfassungsschutz, Polizei und auch die Justiz andererseits nicht der Schluss zu ziehen, wäre auch im Haushalt des Ministeriums die Vorsorge zu treffen, um hier zu anderen Ansätzen zu kommen. Wo bleibt beispielsweise ein Titel Aufarbeitung von Justizversagen beim NSU? Wo bleiben die Ansätze zur besseren Fort- und Weiterbildung von Juristinnen und Juristen auf diesem Gebiet? Und wir haben ja festgestellt, nichts ist wirklich aufgeklärt. Es waren Prozesse, die mit den Begriffen Schreddern, Vertuschen, Chorgeistverhalten, Kompetenzwirrwarr zu beschreiben ist. Und nur eine Frage. Konnte V-Leuten bei den Nazis Geld und Straffreiheit wirklich zugesichert werden, ohne staatsanwaltschaftliche Beteiligung? Ich denke, wer Zivilcourage will, muss hier auch Justizcourage zeigen. Ich meine natürlich eine Justizcourage, die den Leuten Mut und nicht Angst macht. Und manchmal irrt Justiz ja bekanntlich auch. Und uns alle erreichen viele Vorschläge an den Bundestag, so etwas wie einen Justizopferfonds einzuführen. Ich denke mal, Sie werden das ganz sicher anders nennen. Aber auf den Weg zu bringen, wäre schon ein wichtiger Schritt, weil es gibt viele Betroffene, für die wäre schon die nächste Instanz, eine Instanz zu viel. Herr Minister, ich will noch ein paar Worte sagen zu dem Bereich des Verbraucherschutzes. Da haben wir es ja mit einer Einzigartigkeit, einem Kuriosum zu tun. Wir haben ein Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz und wir haben ein Bundesamt für Verbraucherschutz. Und wenn man das so hört, würde man ja wie selbstverständlich davon ausgehen, dass das Bundesamt auch in diesem Ministerium angesiedelt ist. Ist es aber nicht. Angesiedelt ist dieses Bundesamt im Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und ich glaube, da haben Sie sich ganz schön über den Tisch ziehen lassen, Herr Bundesminister. Wir wollen, wo Verbraucherschutz draufsteht, muss auch Verbraucherschutz drin sein, dass das klar ist. Dass die Linke in Regierungsverantwortung gute Dinge auf den Weg bringen kann, können Sie auch daran sehen, dass die Regierung in Brandenburg mit der Verbraucherschutzministerin Anita Tack den von Ihnen schon genannten Bundesratsbeschluss zur Begrenzung von Dispo-Zinsen initiiert und dann auf den Weg gebracht hat. Und wenn die Bundesregierung diesem Vorschlag jetzt zustimmen will, denken wir, haben wir einiges erreicht. Wir werden Ihnen erneut auch ein paar Vorschläge unterbreiten in den Beratungen, wie wir noch besser mit dem Patentamt in München umgehen können. Da wissen Sie, sind wir immer für Vorschläge gut und erfreulich ist, dass diesmal schon im Ansatz die Bundesregierung auch den Vorschlägen aus der Opposition ein Stück weit gefolgt ist, ein viel zu kleines, wie wir meinen. Aber wir bleiben da dran. Und insofern spannende Beratung. Vielen Dank. Vielen Dank. Soweit Roland Klaus für die Linksfraktion, deren Sprecher für Haushaltspolitik ist nun Elisabeth Winkelmeier-Becker für die CDU-CSU-Fraktion. Sie ist Sprecherin für Recht und für Verbraucherschutz. Frau Präsidentin! Liebe Kollegen! Viele Finanzminister haben es versucht und haben es auch beherzt angekündigt. Aber unser Finanzminister, Dr. Schäuble, der schafft es jetzt. Ich möchte deshalb an den Anfang meiner Rede mein Lob und Dank und Anerkennung an die Haushälter der Fraktionen und der Koalition richten, dass sie es geschafft haben, zum ersten Mal einen Haushalt vorzulegen ohne Neuverschuldung. Und ich denke, wir werden uns alle sehr darum bemühen, dass dieses Vorhaben auch das Gesetzgebungsverfahren jetzt übersteht und dass auch am Ende ein solcher ausgeglichener Haushalt stehen wird. Ich freue mich sehr darüber, nicht nur als Rechtspolitikerin, sondern auch als Mutter von drei Kindern und Großmutter eines kleinen Enkelkindes. Und ich freue mich darüber als Nordrhein-Westfälerin, denn da sind wir im Moment anderes gewohnt. Da trinkt die Regierung nur noch Leitungswasser und kann sich noch nicht mal mehr den Sprudel leisten, weil man eben dort nicht so talentiert ist bei dem Umgang mit dem Geld. Ich möchte auf unseren Justizhaushalt eingehen, der der kleinste ist von den einzelnen Haushalten. Wir haben 0,16 Prozent des Gesamtvolumens bei den Einnahmen und 0,22 Prozent des Gesamtvolumens bei den Ausgaben. Wir haben aber immerhin eine Deckungsquote von 73 Prozent aus den Gebühren und Einnahmen unseres Geschäftsbereichs. Das sind natürlich Zahlen, mit denen wir uns beim Finanzminister auch beliebt machen können. Aber unser Schwerpunkt liegt eben nicht im Verteilen von Geld, sondern in guten Regeln, in guter Rechtspolitik. Aber so ganz ohne Geld geht es natürlich auch nicht. Aus unserem Haushalt werden die Bundesgerichte zum Beispiel finanziert. Herr Minister, wir waren ja am vergangenen Freitag beim Bundesverwaltungsgericht bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten und Vizepräsidenten. Dort wurden Reden gehalten. Es wurde die Bedeutung auch des Verwaltungsgerichts herausgehoben. Sie selber haben Gustav Radbruch zitiert, der gesagt hat, gerade die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist der Schlussstein des Rechtsstaats, weil es den Bürgern eben die Möglichkeit gibt, gegen Eingriffe seitens des Staates und der Verwaltung vorzugehen. Es war gerade 25 Jahre und einen Tag her seit der ersten Montagsdemo, wo die Menschen genau auch um das gekämpft haben und dafür demonstriert haben. Ich denke, wir haben da einen sehr würdigen Akt erlebt und dem auch beigewohnt. Aber im gleichen Atemzug, Herr Minister, nehmen Sie dort eine Stelle weg, streichen dort eine Richterstelle und ziehen die praktisch ins eigene Haus, geben das Geld aus für eigene zusätzliche Ministerialbeamte. Und das, denke ich, geht nicht. Wir können nicht das Bundesverwaltungsgericht, Teil der dritten Staatsgewalt, hier behandeln wir eine nachgeordnete Behörde, wo man das Geld aus dem einen Haushalt nimmt und dem eigenen einverleibt. Dazu ist das Bundesverwaltungsgericht zu wichtig. Wir haben einige große Planungsvorhaben vor. Bei denen ist es nicht untypisch, dass sich hinterher auch Gerichtsverfahren anschließen. Und die dürfen dann nicht deshalb länger dauern, weil wir weniger Richter und mehr Ministerialbeamte haben. Nun haben wir in der Rechtspolitik ein sehr weit gefächertes Feld von Themen. Man kann nicht alles beleuchten. Ich möchte vor allem heute eingehen auf das, was wir in der Rechtspolitik gerade vonseiten der Union tun wollen, um den Mittelstand zu stärken, den wirtschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Mittelstand. Weil er eben das Rückgrat auch unserer Wirtschaft und auch der Gesellschaft ist und es deshalb eben auch wert ist, sich hier besonders darum zu kümmern. Wir haben in diesem Zusammenhang bereits vor der Sommerpause das Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr hier beschlossen. Und damit den exorbitanten Zahlungsfristen, die es teilweise gab, ein Ende gesetzt. Wir haben uns da ganz bewusst auch für die mittelstandsfreundliche Variante gemeinsam entschieden. Wir wollen eben dabei nicht stehen bleiben, sondern viele Punkte, die auch der Koalitionsvertrag enthält, jetzt auf die Agenda setzen. Als Beispiel nenne ich als erstes das Insolvenzrecht. Hier brauchen wir mehr Planungssicherheit für Unternehmen. Wir haben in der Vergangenheit verstärkt Fälle geschildert bekommen, in denen Insolvenzverwalter hohe Forderungen an Unternehmer oder an kleine Handwerker typischerweise gestellt haben, die Jahre zuvor ihrem Geschäftspartner, der hinterher in Insolvenz gegangen ist, Kredite gegeben haben, und Zahlungsfristen eingeräumt haben, völlig geschäftstypische Vorgänge, auch gewünschte Vorgänge, gerade in Branchen, die auch saisonabhängig sind. Und diese Unternehmer, diese Handwerker wurden dafür bestraft, dass sie ihren Geschäftspartnern solche Fristen eingeräumt haben. Wir denken, es kann nicht sein, dass so etwas im Nachhinein dadurch bestraft wird, dass noch Jahre später das Geld, was man damals dann bekommen hat, für erbrachte Leistungen noch einmal wieder in die Konkursmasse zurückgeholt werden kann. Hier müssen wir trennen zwischen solchen geschäftstypischen und gewünschten Verhalten, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite missbräuchlichen Fallgestaltungen, die es natürlich auch gibt und wo dann eine Anfechtung auch berechtigt ist. Aber hier müssen wir uns um Kriterien kümmern, die das eine vom anderen trennen. Wir haben das vereinbart, Sie haben es auch versprochen. Und ich hoffe, dass wir da jetzt auch bald eine gute Beratungsgrundlage bekommen, dass wir das dann auch noch in das laufende Gesetzgebungsverfahren zum Konzerninsolvenzrecht mit einbeziehen können. Ein zweiter Punkt ist das Gewährleistungsrecht, auch gerade für Handwerker ein wichtiger Punkt. Da gibt es eine Unwucht zulasten mittelständischer Unternehmen, gerade in den Fällen, in denen die Produkte, die verwendet werden, die eingebaut werden, unerkannte Mängel haben. Nehmen Sie den Handwerker, der Fliesen einbaut, die äußerlich makellos aussehen, aber dann doch auch schnell brüchig werden. Da kann der Kunde, sein Kunde, ihn in Anspruch nehmen, er muss alles wieder herrichten. Er seinerseits kann nur seinen Verkäufer, seinen Lieferanten in Anspruch nehmen, bleibt aber an den ganzen Kosten des Einbaus, des Umbaus doch sitzen. Obwohl möglicherweise sein Lieferant schuldhaft schlechtes Material geliefert hat, da wollen wir einen Regressanspruch doch etablieren, damit derjenige auch haftet, der auch den Mangel zu verantworten hat. Ein weiterer Punkt, um es unseren mittelständischen exportorientierten Firmen einfacher zu machen. Wir diskutieren im Moment auch auf europäischer Ebene über die Etablierung einer neuen Gesellschaftsform, die es eben erleichtern soll, in verschiedenen europäischen Staaten auch unternehmerisch tätig zu sein. Da gibt es im Moment einen Richtlinienvorschlag der SUP, Single Member Company, der auf dem Tisch liegt und sich stark am angelsächsischen Vorbild orientiert. Aus unserer Sicht hat das Nachteile beim Vertrauensschutz. Was wird notariell geprüft oder eben auch nicht geprüft? In diesem Fall hier eben weniger geprüft. Wir haben sehr schwache Vorgaben nur beim Haftungskapital. Und wir haben, und das ist auch ein relevanter Punkt, deutlich schlechtere Rahmenbedingungen bei der Mitbestimmung von Arbeitnehmern im jeweiligen Kontrollgremium. Das ist nicht unsere Vorstellung von einer neuen europäischen Gesellschaft. Sondern wir wollen einen besseren Ansatz. Den gibt es ja auch schon. Die SPE, eine andere Gesellschaft, die sich mehr an unserem System orientiert, da die herzliche Bitte, ich glaube, wir sind uns hier einig, ich entnehme das ja auch Ihrer Reaktion und weiß das auch, da die herzliche Bitte, dass wir uns rechtzeitig aufmachen, auf europäischer Ebene bei den anderen Ländern Verbündete zu suchen. Denn nicht jeder findet automatisch das deutsche System besser als das angelsächsische. Ich bin davon überzeugt, dass unser System da maßgebliche Vorteile hat und dass es sich lohnt, dies auch auf europäischer Ebene zu etablieren. Nächster Punkt ist die Frauenquote. Ich freue mich ja sehr, dass wir hier in dieser Legislaturperiode jetzt auch maßgebliche Schritte machen werden, damit es auch in den Führungspositionen letztlich nur noch auf Qualifikationen ankommt und eben dann nicht mehr auf das Geschlecht ankommt. Ich bin auch dankbar, wenn wir auch in dieser Phase darauf achten, wie das praktikabel umgesetzt werden kann, dass wir ein offenes Ohr dafür haben, wo in der Praxis, in der Umsetzung Schwierigkeiten sind. Und sie sind naturgemäß da am größten, wo die Gremien kleiner sind oder wo auch die Familienbindung eines Unternehmens größer ist, wo es dann eben nur Söhne gibt, eine Frauenquote schwieriger zu erfüllen als in anderen nicht so familiengebundenen Unternehmen. Ich bin sehr dankbar, dass wir die Freiheit haben, die Flexibilität haben, darauf einzugehen. Denn ich glaube, davon wird auch die Akzeptanz letztendlich der Frauenquote abhängen und damit auch die Frage, wie sehr sie funktioniert. Ich möchte allerdings in diesem Zusammenhang auf einen Widerspruch, der sich da auftut, noch hinweisen. Maßgebliche Impulse für diese Frauenquote kamen von Europa. Viviane Reding als Justizkommissarin hat hier Druck gemacht und das hat auch unsere Diskussion ein Stück weit mitbestimmt. Und jetzt haben wir den Befund, dass gerade bei der europäischen Gesellschaft, der SE, diese Quote nicht verbindlich gilt, sondern dass wir das nur für Aktiengesellschaften haben. Das ist natürlich letztendlich ein Paradoxon, muss man wirklich sagen. Von Europa kam diese Vorgabe und jetzt ist die europäische Gesellschaftsform geradezu der Ausweg, um sich der verpflichtenden Vorgabe zu entziehen. Und das betrifft Firmen, die eigentlich wirklich auch klare Kandidaten für diese Quote wären, BASF, SAP, Allianz und so weiter und so fort. Da würde ich doch vorschlagen, dass wir auch für die europäische Ebene mal den Vorschlag machen, dass da dieser Widerspruch aufgehoben wird. Und würde das auch gerne dem Minister ans Herz legen, das auch in Brüssel anzusprechen. Die letzten Sekunden noch für ein Thema, das auch zunehmend wichtig wird und Unternehmen betrifft, die Situation der Syndikusanwälte. Wir haben ein aktuelles, viel beachtetes Urteil des Bundessozialgerichts, das sich auf die gesetzliche Rentenversicherung bezieht und die Frage, unter welchen Bedingungen Syndikusanwälte dort befreit werden können. Wir haben da eine langjährige Praxis, dass angestellte Syndikusanwälte dann, wenn sie eben weisungsungebunden, rechtsgestaltend und beratend in einem Unternehmen tätig sind, in der Versorgung der Rechtsanwälte, im Versorgungswerk bleiben können. Das ist bisher die Grundlage für berufliche Verläufe, die auch sehr flexibel sind und wie sie gerade auch von unseren Unternehmen erwartet werden, wie sie auch einen Mehrwert an Erfahrung bieten. Wenn das jetzt unterbunden wird, dann wird das zu sehr viel Verunsicherung führen und auch zu schlechteren Ergebnissen. Denn es ist klar, wer durch einen beruflichen Wechsel dann auch aus seiner gewohnten Altersversorgung aussteigen muss, der wird sich das dreimal überlegen. Wir sind daran interessiert, hier an einer flexiblen und sachgerechten Lösung zu arbeiten und haben uns das auch fest vorgenommen. Die ersten Vorschläge und Überlegungen liegen dazu vor. In diesem Sinne werden wir weiter dafür sorgen, dass gute Rahmenbedingungen für unseren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mittelstand gegeben sind. Und in dem Sinne wünsche ich uns auch weiter gute Beratungen. Herzlichen Dank. Soweit Elisabeth Winkelmeier-Becker für die CDU-CSU-Fraktion, deren Sprecherin für Recht und Verbraucherschutz. Sie ist weiter geht es in der Debatte zum Haushalt des Justizministeriums mit Tobias Lindner, Bündnis 90 Die Grünen. Schätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wahrlich, wir diskutieren hier einen besonderen Etat. Der Kollege Roland Klaus sprach von mildeter Opposition. Keine Sorge, ich werde sparsam damit umgehen. Der Minister und Sie, Frau Winkelmeier-Becker, haben erwähnt, wir reden über den mit Abstand kleinsten Etat eines Ministeriums in der Bundesregierung. Ich will den Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht nur noch ein illustratives Beispiel geben. Allein die Kürzungen, die die Große Koalition letztes im letzten Haushalt beim Verteidigungsetat vorgenommen hat, 400 Millionen Euro in der Bereinigungsnacht, allein diese Kürzungen entsprechen fast den Ausgaben, die Heiko Maas im Jahr 2015 tätigen können soll, nämlich 414 Millionen Euro. Und man könnte versucht sein, dann zu denken, wir würden hier über einen Geschäftsbereich in der Bundesregierung reden, der unbedeutend wäre, der unwichtig wäre. Ich denke, es ist bereits in dieser Debatte, das will ich auch als Hauptberichterstatter für diesen Etat sagen, bereits hervorgedrungen, es geht nicht nur um Geld. Wir alle, egal von welcher Fraktion, haben Interesse an einem funktionierenden Justizsystem. Und natürlich braucht es hier vor allem kluge und gut gemachte Regeln. Und ich will der Koalition an einer Stelle auch entgegenkommen, man braucht sogar kluge Regeln und Normen im Bereich des Verbraucherschutzes. Jetzt kommt das große Aber. In einem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, das erst noch zusammenwachsen muss, da ist Geld, vielleicht nicht alles, aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, da geht ohne Geld manchmal auch nichts. Und da reicht es eben nicht aus, dass nur ein Drittel der Mittel für den Verbraucherschutz bei einem Neuzuschnitt der Ministerien in das BMJV gewandert ist. Da ist der Verbraucherschutz, wie auch im Haushalt 2014, leider immer noch chronisch unterfinanziert. Ich will dies an zwei Themen deutlich machen. Die Marktwächter wurden bereits angesprochen. Im letzten Haushalt hat die Koalition hier eine Anschubfinanzierung für einen Marktwächter im Bereich Finanzmarkt in Höhe von 2,5 Millionen Euro eingestellt. Sie selbst haben sich in Ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen. Wir haben uns vorgenommen, Marktwächter für den Finanzmarkt und für die digitale Welt zu schaffen. Damit Sie mich richtig verstehen, das ist auch bitter notwendig. Wenn wir eine Lehre aus der Finanzkrise ziehen sollten, dann ist es, dass wir hier die Lobby der Verbraucherinnen und Verbraucher stärken müssen. Wenn wir eine Lehre daraus ziehen sollen, heute Morgen sprach Wolfgang Schäuble über Industrie 4.0, über die Digitalisierung unserer Wirtschaft, über neue Geschäfts- und Nutzungsmodelle, wenn wir daraus eine Lehre ziehen sollen, dann muss diese Lehre heißen, dass auch hier die Lobby, die Interessensverbände, die Macht der Verbraucherinnen und Verbraucher in diesem Bereich unbedingt gestärkt werden müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann reicht es eben nicht aus, wenn Sie im Etatansatz diese Mittel nur um 800.000 Euro erhöhen wollen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband selbst spricht von einem Bedarf für eine Anschubfinanzierung von 7 Millionen Euro, und nicht von 3,3, wo wir dann wären. Und mittelfristig, wenn beide Marktwächter hoffentlich am Laufen sind, kommt ein Finanzbedarf von etwa 14 bis 15 Millionen Euro insgesamt auf uns zu. Und bevor später die geschätzten Kollegen Kröler und Rode mir entgegnen werden, dieses Geld sei, Zeiten einer schwarzen Null nur schwer im Einzelplan zu finden, dann will ich eines entgegenhalten, was Sie eben nicht tun können, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Großen Koalition, ist, einen Koalitionsvertrag zu verabschieden, wo Sie sagen, alle nicht prioritären Vorhaben müssen aus den Einzelplänen finanziert werden. Dann schneiden Sie die Ministerien neu zu, was Sie ja tun können, wo es ja durchaus Gründe dafür gibt, das so zu sehen, wie Sie es sehen. Aber dann statten Sie die Häuser nicht mit den ordentlichen Finanzbedarfen aus, die auch notwendig sind, um diesen Koalitionsvertrag umsetzen zu können. Nein, ich will es viel deutlicher sagen, Sie haben ein Ministerium geschaffen, auf das Ihr eigener Koalitionsvertrag nicht anwendbar ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will einen zweiten Punkt erwähnen im Bereich des Verbraucherschutzes, die institutionelle Förderung. Jetzt steht ein Grüner zwar vor Ihnen. Aber ich habe mich in meinem Studium viel mit Ludwig Erhard befasst und mit den Vätern der sozialen Marktwirtschaft. Und ich habe mich lange gefragt, was wird Ludwig Erhard denn in einer Situation wie der heutigen, wo es ja mit zunehmenden Lobbyinteressen zu tun hat, mit Digitalisierung, Internationalisierung unserer Wirtschaft. Was wird er wohl sagen? Und wenn Sie da in Schriften reingucken von Erhard und Eucken, dann sehen Sie, dass sehr wohl darüber gesprochen wird, dass wir mündige Konsumentinnen und Konsumenten brauchen, dass wir was abbauen müssen, was der Fachmann oder die Fachfrau Informationsasymmetrie nennt, dass wir mündige und mächtige Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen. Und wenn wir die brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann geht es eben auch nicht, was Sie bei der Verbraucherzentrale Bundesverband und der Stiftung Warentest in Ihrem Haushaltsentwurf tun. Bei der Verbraucherzentrale Bundesverband erhöhen Sie die Mittel nur sehr gering. Da können Sie noch nicht mal Tarifsteigerungen mit auffahren. Und bei der Stiftung Warentest toppen Sie es noch. Nicht, dass Sie Ihren Koalitionsvertrag nicht umsetzen würden, das, was auf Seite 124 steht, und die Mittel einfach nicht erhöhen würden. Nein, Sie kürzen die Mittel sogar noch. Das ist ein Widerspruch zu dem, was Sie vor einem Jahr verabredet haben. Und da werden wir Grüne Ihnen in den Haushaltsberatungen aufzeigen, was wir anders machen würden und wo wir die institutionelle Förderung der Arbeit für die Verbraucherinnen und Verbraucher stärken würden. Ich will zum Schluss kommen. Ich freue mich als Hauptberichterstatter auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen hier im Hause, im Haushaltsausschuss mit Roland Klaus, Dennis Rode und Klaus-Dieter Kröder. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Ministerium. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieser Haushaltsberatung nicht nur wie heute irgendwie fröhlich sind, dass wir einen Haushaltsplan ohne neue Schulden vor uns haben, sondern vor allem, dass wir einen Verbraucherschutz- und Justizetat entberaten werden in einigen Wochen hier, der den Herausforderungen der Zeit wirklich gerecht wird und der auch wirklich ein Etat für den Verbraucherschutz ist. Ich danke Ihnen. Tobias Lindner war das Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner ist jetzt Dennis Rode für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Deutschland ist das Land der Ideen und Innovationen. Ingenieurskunst, medizinischer Fortschritt, Logistik, Transport und zukunftsweisende Entwicklung im Internet stehen exemplarisch für eine führende Rolle auf dem Markt der Ideen. Und wir als SPD-Bundestagsfraktion wollen, dass das auch so bleibt. Denn unsere Wirtschaft verdankt einen guten Teil ihrer Stärke und Robustheit, eben gerade dem Erfindungsreichtum von Unternehmen, von Unternehmern, von Wissenschaftlern und von Tüftlern. Diese Stütze unserer Wirtschaft wollen wir schützen und noch weiter verstärken. Schützen, zum einen durch ein Urheberrecht, das auf der Höhe der Zeit ist. Schützen aber auch, und ich möchte das zum Hauptgegenstand meiner Rede zum Entwurf des Einzelplans 07 machen, durch Stärkung der Arbeit des Deutschen Patent- und Markenamtes. Das deutsche Patent genießt nicht von ungefähr im internationalen Kontext den Ruf, ein goldenes Patent zu sein. Und auch darum gehen beim Deutschen Patent- und Markenamt eine beeindruckend hohe Zahl von Patentanträgen ein. Allein im Jahr 2013 wurden über 60.000 Patente angemeldet, darunter auch ein großer Teil von ausländischen Antragstellern, Antragstellern aus den Vereinigten Staaten von Amerika, aus Japan, der Republik Korea, aus Österreich, Schweden oder aus Taiwan. Das zeigt deutlich, das deutsche Patent genießt Wertschätzung in aller Welt. Aber gerade dieser Stellenwert des deutschen Patents bringt Herausforderungen mit sich, die wir nicht auf die lange Bank schieben können, sondern die wir jetzt anpacken und lösen müssen. Zu den genannten über 63.000 Patentanmeldungen, die das DPMA 2013 erreichten, kommen nämlich noch 15.500 Gebrauchsmusteranträge, 60.000 Anträge auf Eintragung einer Marke und 55 Beantragungen zum Schutz eines Designs. Die Quantität der Prüfungen ist allerdings nur die eine Seite der Medaille. Modernste Elektronik, Informationstechnologie, Biotechnologie, aber auch die Globalisierung, das alles fordert immer größeres Fachwissen, eine immer größere Wissenstiefe auch über Details und das immer auf dem aktuellsten Stand von Forschung und Technik und besonders von bereits vergebenen Patenten. Derzeit gibt es beim DPMA etwa 170.000 offene Vorgänge. Dass eine gewisse Zahl von Patentanträgen immer in der Bearbeitung liegt, das liegt in der Natur der Sache. Aber der Rückstau erwächst Jahr für Jahr. Die Anzahl der nicht bearbeiteten Anträge steigt jährlich um circa 5.000 an. Und ich möchte an dieser Stelle dem Koalitionskollegen Klaus-Dieter Gröler danken. Lieber Herr Kollege, Sie haben bereits im Juni betont, dass wir die Personalstruktur des DPMA einer kritischen Betrachtung unterziehen müssen. Dem kann ich nur beipflichten, dass vorhandene Personal und das Antragsaufkommen müssen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Wir wollen in der Großen Koalition, dass das deutsche Patent weiterhin attraktiv und ein goldenes Patent ist. Und das wollen wir aus guten Gründen. Nämlich weil es garantiert, dass unser Land seinen Erfindern auch weiterhin den bestmöglichen patentrechtlichen Schutz bietet. Und weil es damit zur Absicherung der Innovationskraft unserer Republik dient, eine Innovationskraft, die es zu bewahren gilt. Meine Damen und Herren, egal wer seinen mahnenden Zeigefinger heben wird, die Große Koalition will, dass das DPMA vernünftig ausgestattet ist und seinen Auftrag dem Schutz des intellektuellen Eigentums vernünftig angehen kann. Aber ich sage auch deutlich, und das unterscheidet uns von Teilen der Opposition, das unterscheidet uns auch von Ihrem Antrag, Herr Kollege Klaus, aus dem letzten Haushaltsjahr. Wir werden ganz bestimmt nicht irgendwelche Fantasiezahlen für zusätzliche Personalstellen in den Haushalt einstellen. Wir werden nicht einfach ohne Sachverstand Veränderungen vornehmen, deren Umfang planlos und deren Nachhaltigkeit zweifelhaft ist. Nein, wir wollten und werden keinen Blindflug ohne Navigationsgeräte betreiben. Und das müssen wir auch nicht. Das Patent- und Markenamt hat nunmehr eine Personalbedarfsermittlung vorgelegt. Diese werden wir in der Koalition kritisch begutachten und dann die sich daraus ergebenden richtigen Schritte einleiten. Im Sinne der Innovationskraft unseres Landes, aber eben auch mit Blick auf die gestaltende Führung eines ausgeglichenen Haushalts. Der Schutz der Wirtschaftskraft, er ist übrigens auch Bestandteil unseres Verständnisses von Verbraucherschutz. Nein, das ist kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Eine gute Verbraucherpolitik schützt und stärkt nämlich auch diejenigen Unternehmer, die ihr Geschäft redlich betreiben. Diejenigen, die im Internet zum Beispiel auch in der Vergangenheit ihre Angebote deutlich als kostenpflichtig ausgewiesen haben, für die waren klarere Regelungen zur Kennzeichnung kein Verlust an Gestaltungsmöglichkeit, sondern sie waren ein Gewinn an Wettbewerbsgleichheit. Und so gilt es übrigens auch in anderen Bereichen. Die Einführung des Bestellerprinzips bei den Immobilienmaklern, sie schafft Wettbewerbsgleichheit und schützt diejenigen, die bereits heute die Kosten durch den Besteller des Auftrages bezahlen lassen und die dadurch eine schwierigere Wettbewerbsposition vorfinden. Unsere Reformen im Anlegerschutz und die Einrichtung eines Finanzmarktwächters, sie sorgen dafür, dass seriösen Akteuren auf dem Finanzmarkt nicht von windigen Anbietern den Rang abgelaufen wird, die sich durch die Täuschung von Kleinanlegern bereichern wollen. Und indem wir uns für Fahrgastrechte einsetzen, sei es in der Bahn, im Flugzeug oder im Fernbus, belohnen wir die Beförderungsunternehmen, die schon jetzt die Rechte der Passagiere achten, statt sich um ihre Pflichten zu drücken. Meine Damen und Herren, ich habe deutlich gemacht, dass auch im Geschäftsbereich des Bundesministers der Justiz und für Verbraucherschutz nicht nur über scheinbar trockene Rechtssetzungs- und Rechtsdurchsetzungsakte entschieden wird. Eine gute Justizpolitik und ein weitsichtiger Verbraucherschutz sind auch wirtschaftspolitisch wichtige Aufgaben. Sie bestimmen über unser Zusammenleben, aber eben auch über die Frage der Wirtschafts- und Innovationskraft unseres Landes. In diesem Sinne wird die Große Koalition weiterhin gestalten, die vor uns liegenden Herausforderungen angehen. Danke, Herr Kollege Rohde. Dennis Rohde war das für die SPD-Fraktion. Weiter geht es mit Harald Petzold für die Fraktion Die Linke. Er ist medienpolitischer Sprecher. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, liebe Besucherinnen und Besucher auf den Besuchertribünen! Vielleicht hatte die eine oder der andere von Ihnen im vergangenen Jahr die Gelegenheit, sich den Dokumentarfilm nach Friezen anzugucken. Für diejenigen von Ihnen, die bis jetzt die Gelegenheit dazu noch nicht hatten, ganz kurz zum Inhalt. Der von mir hochgeschätzte brandenburgische Nachwuchs-Dokumentarfilmregisseur Daniel Abmar hat in dem Film die Lebensgeschichte von umgangssprachlich, würde man sagen, drei ganz harten Jungs aufgezeigt. Also drei jungen Männern, die ziemlich harte Straftaten begangen haben, die dafür auch umfangreiche Haftstrafen absitzen mussten. Aber es ging ihm nicht so sehr um die Straftaten an sich oder um den Alltag in der JVA in Wrietzen, sondern sehr viel stärker um den Weg dieser drei jungen Männer wieder zurück in die Gesellschaft. Und damit also um die Frage Resozialisierung von Tätern und um die Wichtigkeit eines funktionierenden gesellschaftlichen und sozialen Umfelds. Und wenn ich als neu gewählter Obmann meiner Fraktion für den Ausschuss Justiz und Verbraucherschutz heute zum ersten Mal zu diesem Haushalt spreche, dann möchte ich das nicht gleich mit einer Breitseite von Kritik tun. Herr Klaus hat ja milde angekündigt der Opposition, sondern mit einem positiven Beispiel für gelungene Justizpolitik. Weil ich sage, dass im Land Brandenburg unter gemeinsamer Regierungsverantwortung von SPD und Linker eine Justizpolitik betrieben worden ist. Sie brauchen sich nicht aufregen, Herr Kollege von den Grünen. Sie haben an der Stelle ja mitgemacht. Ein Neudenken von Justizpolitik stattgefunden hat, das vor allen Dingen auf Resozialisierung setzt. Und dass ein Justizvollzugsgesetz auf den Weg gebracht hat, das genau diesen neuen Schwerpunkt setzt. Und Herr Justizminister Maas, ich möchte Sie einladen dazu, wenn die Rauchwolken der Landtagswahlen sich verzogen haben, vielleicht mit mir gemeinsam und den Mitgliedern des Rechtsausschusses mal nach Brandenburg zu fahren, sich dort mit dem erfolgreichen Justizminister Helmut Markov zu treffen. Und genau über diese Dinge der Resozialisierungspolitik in der Justizpolitik des Landes Brandenburg zu sprechen. Weil ich denke, dass das ein erfolgreicher Weg ist. Und wie gesagt, die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen brauchen das Atmen nicht vergessen. Sie sind ja möglicherweise ab dem Wochenende mit uns gemeinsam und der SPD dann in Thüringen auch mit dabei. Und dann können wir auch zusammen nach Thüringen fahren und dann uns das alles dort anschauen. Zumal es weitere Gemeinsamkeiten, zumindest mit linker Justizpolitik gibt, die ich ansprechen möchte. Das ist zum einen die Frage der Zinsbremse. Sie haben jetzt das als Vorhaben angesprochen, Herr Justizminister Maas. Brandenburg hat hier eine Initiative im Bundesrat ergriffen. Und auch in der Frage der Rehabilitierung von verurteilten schwulen Männern nach § 175 haben Sie das Land Brandenburg und haben Sie mich an Ihrer Seite. Und darüber lohnt es auch zu sprechen. Aber ich möchte auch auf Dinge hinweisen, die wir in dem Zusammenhang noch als Manko benennen müssen. So hat Justizminister Markow sehr stark darauf hingewiesen, dass das Ziel der Resozialisierung durch die bislang nicht erfolgte Einbeziehung in die Renten- und Sozialversicherungen für Gefangene konterkariert wird. Und ich erlaube mir, Frau Präsidentin, mit Ihrer Genehmigung den Minister zu zitieren, der gesagt hat, dass die von Gefangenen geleistete Arbeit derzeit nicht bei der gesetzlichen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung berücksichtigt wird, hat verheerende Auswirkungen auf die Zeit nach der Haftentlassung. Die entstandenen Versicherungslücken führen zu sehr niedrigen Altersrenten, die selbst die Mitgliedschaft in der Krankenversicherung als Rentner infrage stellt. Denn Ansprüche auf Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung oder auch auf Erwerbsminderungsrente können nur bei Einhaltung bestimmter Vor- bzw. Mindestversicherungszeiten geltend gemacht werden. Die Bundesregierung, in deren Zuständigkeit das Sozialversicherungsrecht liegt, weigert sich jedoch beharrlich, die überfällige Änderung des Renten- und Sozialversicherungsrechts in Angriff zu nehmen. Und das ist inakzeptabel. Und wie gesagt, auch deswegen, Herr Minister Maas, meine Einladung, hier mit Brandenburg ins Gespräch zu kommen. Zweiter Punkt. Die nationale Stelle zur Verhütung von Folter. Eigentlich ein Punkt, bei dem wir inhaltlich übereinstimmen. Aber wir müssen feststellen, diese Stelle, die zuständig ist für die Überprüfung von Strafvollzugs- und Untersuchungshaft, von Jugendstrafvollzug und Jugendarrest und so weiter, ist unterfinanziert und kann gegenwärtig ihre Aufgabe, nämlich Misshandlungen durch regelmäßige unangemeldete Besuche in allen Haft- und Gewahrsamseinrichtungen in Deutschland vorzubeugen, nicht annähernd erfüllen. An dieser Stelle verweise ich auf Ihren eigenen, von der Koalitionsmehrheit beschlossenen Entschließungsantrag, der besagt, dass der Finanzanteil des Bundes auf 160.000 Euro zu erhöhen ist. Es findet sich bislang nicht im Haushaltsentwurf wieder. Und das ist ein Punkt, den wir nicht akzeptieren werden und wo wir Änderungsbedarf anmelden. Dritter Punkt. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, Herr Minister, Sie waren am letzten Donnerstag mit mir gemeinsam auf dem Charity Dinner dieser Stiftung, wo Spendengelder eingeworben sind. Sie haben selbst in Ihrem Grußwort die zentralen neuen Projekte gewürdigt. Und ich möchte Sie an dieser Stelle auch unterstützen in Ihren Bemühungen, diese beiden großen Projekte Fußball für Vielfalt, Fußball gegen Homophobie und Archiv der anderen Erinnerungen, auch tatsächlich so zu unterstützen, dass die Stiftung diese umfangreiche Arbeit auch leisten kann. Die Erhöhung des Stiftungskapitals, die wir im Frühjahr beschlossen haben, ist inzwischen geflossen. Aber damit ist nach wie vor nicht möglich, die Stiftung so auszustatten, dass tatsächlich Bildung und Forschung und die wissenschaftlichen Leistungen in auskömmlicher Art und Weise ausfinanziert werden können. Hier fordern wir ebenfalls eine entweder Aufstockung des Stiftungskapitals oder aus unserer Sicht sogar noch viel besser institutionelle Förderung in Höhe von 250.000 Euro. Wir fordern ebenfalls, Frau Präsidentin, ich sehe Ihre Blinkern hier vorne, die Aufstockung des Fonds Härteleistung für Opfer extremistischer Übergriffe. Und abschließend unsere Unterstützung wäre Ihnen auch sicher, wenn Sie tatsächlich ein Gesetz zur Mietpreisbremse einbringen würden. Im Moment verdient dieser Gesetzentwurf den Namen noch nicht. Wir werden an dieser Stelle Nachbesserungen einfordern. Vielen Dank. Die Rede von Harald Petzold war das für die Linksfraktion. Nach ihm jetzt Patrick Sensburg für die CDU-CSU-Fraktion. Patrick Sensburg ist Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zur NSU-Affäre. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister Maas, Sie haben ja eine nüchterne und trockene Haushaltsrede gehalten. Aber die hat es in sich gehabt. Die hat es in sich gehabt in der Sache. Die hat es in sich gehabt in der Sache. Und ich glaube, die Rede hat gezeigt, dass die Justizpolitik zwar mit dem Einzeletat den kleinsten Haushalt hat, aber in der Sache sehr stark aufgestellt ist. Von daher begrüße ich die Justizpolitik, wie sie sich bei uns im Parlament im Rechtsausschuss, Frau Künast, schön, dass Sie hier sind, widerspiegelt und durch Minister Maas heute vorgetragen worden ist. Sie haben ein großes Vorhaben gar nicht so besonders pointiert betont. Es ist die Reform der Strafprozessordnung für mich eines der wesentlichen Punkte dieser Legislaturperiode, die fast umfassende Überarbeitung der StPO, insbesondere wesentlicher Paragrafen des Strafgesetzbuches, die Reform vom Ermittlungsverfahren über das Zwischenverfahren bis hin zum Hauptverfahren. Sie werden das Rechtsmittelverfahren in den einzelnen Kommissionen, die Sie gebildet haben, überarbeiten, das Vollstreckungsverfahren. Sie werden grundlegend diskutieren, wie der Beschuldigtenstatus definiert werden muss. Sie werden diskutieren, wie es mit dem Richtervorbehalt, zum Beispiel in § 81a der StPO bei der Blutentnahme aussieht, bei den Regelungen zu Befangenheitsanträgen, wenn sie denn verspätet kommen, frühzeitig geahnt, gewusst, aber dann nicht gestellt, um das Verfahren zu verzögern. Da werden wir diskutieren, ob solche Befangenheitsanträge nicht verspätet sind und dann zurückgewiesen werden müssen. Und wir werden darüber diskutieren, ob es denn bei der Erhöhung des Strafrahmens nach den § 407 fortfolgende beim Strafbefehl nicht einen höheren Strafrahmen geben muss. Also ich muss sagen, wir haben hier ein Projekt, was mit viel Sorgfalt angegangen werden muss. Sie haben eine Kommission eingesetzt, die Sachverstand hat. Und ich würde mir wünschen, dass das Parlament frühzeitig beteiligt wird, dass wir nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern intensiv von Anfang an mitdiskutieren. Bei einem zweiten Punkt, sehr geehrter Herr Minister, muss ich Sie hinweisen auf eine Situation, die nicht neu ist, die jetzt medial durch das, was wir als Scharia-Polizei erleben, gegenwärtig wird. Aber es ist ein Thema, das ist alt. Wir haben bereits in den Haushaltsreden 2011, 2012 eine eigene Stelle im Bundesjustizministerium gefordert, um dieses Phänomen näher zu beleuchten des Scharia-Rechts. Sie haben in Ihrem Ministerium eine Stelle, die sich ausschließlich damit beschäftigt, Licht in das Dunkel des Scharia-Rechts und dieser Paralleljustiz zu bringen. Eine Stelle, die wir im Haushalt eingestellt haben mit A13 bis B3, also wirklich eine solide Stelle, die dieses Phänomen erst einmal beleuchten soll, damit wir auf soliden Kenntnissen Schlussfolgerungen treffen können. Nicht Spekulationen, Vermutungen. Seit zwei Jahren arbeitet die Stelle. Und ich bitte einmal, zu schauen im Eigenministerium, was denn der Sachstand ist, was da rausgekommen ist, dass wir nicht wilde Diskussionen über einen Sachverhalt haben, wo wir zu wenig wissen, sondern Sie müssen hier Aufklärung liefern. Und ich glaube, dafür haben wir frühzeitig debattiert, diskutiert. Und Sie haben die Voraussetzungen in Ihrem Ministerium. Und da erwarten wir auch Aufklärung. Ein weiterer Punkt, die Kollegin Winkelmeier-Becker hat ihn angesprochen, ist das Thema Insolvenzordnung. Hier die Änderung der Paragrafen 133 und 142 der Insolvenzordnung. Wir haben in vielen Gewerben, vielen Handwerksbereichen, aber insbesondere zum Beispiel im Baustoffhandel immer wieder Fälle, wo am Markt ganz normale Stundungen vorkommen und die aktuelle Rechtsprechung dazu führt, dass bis zu zehn Jahren nach einer Stundung man sich nicht sicher sein kann, ob möglicherweise der gestundete und dann gezahlte Preis wieder in die Insolvenzmasse fällt. Eine hohe Unsicherheit bei den Unternehmen, eine hohe Rechtsunsicherheit. Es handelt sich hier um einen zwei-, teilweise sogar, wird gesagt, dreistelligen Millionenbetrag für die Wirtschaft. Und hier müssen wir etwas tun. Hier fällt auseinander das, was der Gesetzgeber meinte mit der Insolvenzanfechtung. Und inzwischen, wie die Rechtsprechung es immer öfters in Einzelfallentscheidungen versteht. Das sind wir unserer Wirtschaft schuldig. Hier müssen wir zügig handeln. Und ich freue mich, dass gerade die Union gemeinsam aber mit der SPD jetzt dieses Thema angeht. Und ich glaube, das könnte auch etwas sein, wo die Opposition in das Thema einsteigt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema insgesamt für unsere Wirtschaft. Und ich freue mich, wenn wir das gemeinsam in der Rechtspolitik schaffen. Ein weiteres Thema, auch angesprochen von Frau Winkelmeier-Becker, ist das Thema Syndikusanwälte. Wir haben Syndikusanwälte seit dem Mittelalter. Das ist nichts Neues. Wir haben sie in der Rechtsanwaltsordnung, in der Bundesrechtsanwaltsordnung seit 1959 aufgenommen. Und jetzt gibt es eine Entscheidung des Bundessozialgerichtes. Seit April 2014, die stellt das auf den Kopf. Die sagt, Syndikusanwälte können nicht mehr im Versorgungswerk rentenversichert sein. Das geht nicht, meine Damen und Herren. Hier müssen wir eine Klarheit schaffen. Rund ein Viertel der deutschen Anwälte sind Syndikusanwälte. 30.000 bis 40.000. Und wir schaffen etwa eine Situation, wo diese Anwälte keine Klarheit bezüglich der Rentenversicherung mehr haben, in den Versorgungswerken. Das müssen wir angehen. Das ist eine Einzelentscheidung, die schwerst nachvollziehbar ist. Und da ist die Politik, glaube ich, in der Pflicht, Klarheit zu schaffen, wenn Unklarheit herrscht. Und das werden wir in der Koalition angehen. Ich möchte nur noch auf zwei Punkte eingehen. Einer liegt mir am Herzen als Berichterstatter für Mediation. Wir haben in der letzten Legislaturperiode mit allen Fraktionen einstimmig ein Mediationsgesetz verabschiedet. Nach langem Ringen, auch mit dem Bundesrat im Vermittlungsausschuss, ist es dann uns gelungen, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Dieses Mediationsgesetz wird in der Fachwelt angenommen, positiv angenommen. Jetzt geht es um die Umsetzung, um die Rechtsverordnung, die das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz am 31. Januar dieses Jahres zur Diskussion gestellt hat. Ich bin mir sicher, dass in den nächsten Wochen und Monaten diese Rechtsverordnung auch verabschiedet wird. Das Bundesjustizministerium arbeitet mit Hochdruck daran. Und ich glaube, dass wir da den ganzen Bereich der Mediation mit stärken können, wenn wir nun Klarheit bezüglich der Ausbildung auch durch diese Rechtsverordnung haben. Gesetz ist geschafft, aber die Rechtsverordnung muss noch kommen. Nach anderthalb Jahren, bald zwei Jahren nach Veröffentlichung des Gesetzes, ist es, glaube ich, reif, hier eine Abrundung der Mediation zu schaffen. Insbesondere, weil zwei neue Bereiche, ADR und ODR, eine Verordnung und eine Richtlinie aus Europa vor der Tür stehen. Und wir hier bei der Richtlinie die Umsetzung schaffen müssen. Konsistenz im Bereich der außergerichtlichen Streitbeilegung muss Ziel unserer Rechtspolitik sein. Und da müssen wir gemeinsam mit dem Justizministerium jetzt die richtigen Weichen stellen. Letzter Punkt. Er ist angesprochen worden. Und Kollege Lindner, ich war ja begeistert von Ihrer Rede. Ich kannte Sie so gar nicht als Unterstützer und Freund der sozialen Marktwirtschaft. Das freut mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie müssen nur mal überlegen, ob Sie in Ihrer Partei richtig sind. Weil um Sie herum sind nicht so die Unterstützer der sozialen Marktwirtschaft. Von daher freue ich mich, dass Sie... Ja, ja. Was Sie gesagt haben, war gut. Aber man muss schon mal gucken, ob man sich in der eigenen Fraktion noch so wieder mit den Thesen, die man aufstellt. Sie haben betont den mündigen Bürger. Und der mündige Bürger muss natürlich auch da im Vordergrund stehen, wo es um Datenschutz, Datensicherheit geht. Und wir haben ja nicht nur die Magnus-Hirschfeld-Stiftung, wir haben auch die Bundesstiftung Datenschutz. Und ich würde mir sehr wünschen, und Herr Petzold hat ja auch die Magnus-Hirschfeld-Stiftung angesprochen, wenn wir dann mal die anderen Bereiche, die auch im Bereich des Etats des Bundesministeriums der Justiz liegen, in den Fokus richten würden. Ich glaube, dass es keine glückliche Überlegung ist, die Bundesstiftung Datenschutz in die Stiftung Warentest zu überführen und sie damit aufzulösen. Wenn man alleine überlegt, was im Bereich NSA, Ausspähen von Daten, Datenkriminalität, durch organisierte Kriminalität in Deutschland passiert, dann steht es uns gut an, eine Stiftung Datenschutz zu haben, sie zu stärken und sie nicht völlig ohne Mittel dastehen zu lassen. Die Magnus-Hirschfeld-Stiftung hat damals den höchsten Einzelposten im Etat im Einzelplan 7 des Bundesjustizministeriums gehabt. Wir hatten damals in der letzten Legislaturperiode vereinbart, dass es keine weiteren Einzelzahlungen mehr gibt. Jetzt haben wir wieder 1,75 Millionen Euro bereitgestellt. Für die Bundesstiftung Datenschutz haben wir das nicht gemacht. Wir müssen uns schon Gedanken machen, wie wir diesen Bereich auch stärken und dem Datenschutz alle Möglichkeiten geben, hier gut für uns Bürger da zu sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und für die Toleranz der Präsidentin, eine knappe Minute, mich länger reden zu lassen. Dankeschön. Das war Patrick Sensburg für die CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Katja Keul für Bündnis 90 Die Grünen, deren Sprecherin für Rechtspolitik sie ist. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Minister Maas! Bevor ich heute zum rechtspolitischen Tagesgeschäft komme, will ich an dieser Stelle doch noch ein paar Worte zum Thema der Sondersitzungen der letzten Woche sagen. Waren Sie als Justizminister eigentlich in irgendeiner Weise eingebunden in die Entscheidung, Kriegswaffen an die kurdischen Peschmerga zu liefern? Nicht, dass ich eine Verfechterin des Bundessicherheitsrats wäre. Im Gegenteil. Ich halte die gängige Praxis sogar für verfassungswidrig, weil Artikel 26 für Waffenexporte die Entscheidung des gesamten Kabinetts vorsieht. Aber selbst der Finder des Bundessicherheitsrates, Franz Josef Strauß, hat immerhin das Justizressort dabei berücksichtigt. Ist es wirklich so, dass die Kanzlerin den Kreis der Einbezogenen jetzt noch weiter beliebig verkleinert hat? Ich finde, das sollten Sie nicht einfach so hinnehmen. Eine Waffenlieferung an nichtstaatliche Kampftruppen ohne eindeutige Anfrage der Zentralregierung halte ich schlicht für völkerrechtswidrig. Daran ändert auch eine Zwischenlandung in Bagdad nichts. Ein Kollege wollte mir sogar erklären, die Peschmerga seien quasi ein Teil der irakischen Armee. Das ist nun wirklich völlig absurd, da Bagdad selber gerade keine Waffen an die Peschmerga liefert. Besonders bedenklich finde ich es, wenn einige das Völkerrecht als kleinkarierte Förmelei abtun. Denn die Einhaltung des Rechts ist national wie international die Grundlage für Frieden und Freiheit. Daran zu erinnern sollte unter anderem die Rolle des Justizministers sein. Eine Verteidigungsministerin, die stolz darauf ist, ein Tabu zu brechen, kann sie in dieser Rolle jedenfalls nicht ersetzen. Echte Friedensförderung ist das, was die Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit seit Jahren leistet. Die Beratung von Ländern, die einen demokratischen Rechtsstaat aufbauen wollen. Leider fehlen diesen Programmen oft die Richter und Staatsanwälte. Hier sollte dringend das Dienstrecht angepasst werden, damit diejenigen, die sich in Auslandsmissionen engagieren, nicht um ihre Inlandskarriere gebracht werden. Zurecht fördern sie rechtsstaatliche Entwicklungen in anderen Ländern wie beim Rechtsstaatsdialog mit China und der Kampagne Law Made in Germany. Manchmal beschleicht mich das Gefühl, wir könnten im Inland auch bald so eine Kampagne brauchen. Zu viele halten unseren funktionierenden Rechtsstaat für so selbstverständlich, dass sie vergessen, dass man dieses System auch hegen und pflegen muss, um es zu erhalten. Wenn Richterinnen und Richter darunter leiden, dass es nur noch um Schnelligkeit und Erledigungszahlen geht und die Qualität der Urteile immer weniger wertgeschätzt wird, dann haben wir insgesamt ein Problem. Und dann braucht es auch den Bundesminister, um gegenüber dem Finanzressort, aber auch gegenüber den Ländern deutlich zu machen, welche Bedeutung das Vertrauen in die Rechtsprechung für das Funktionieren unserer Gesellschaft hat. Deswegen sind sie auch gefordert, die unsäglichen Schiedsgerichte in TTIP und CETA zu verhindern. Vor der Sommerpause hatten sie laut und deutlich gesagt, dass es so etwas mit ihnen nicht geben wird. Und jetzt lese ich auf tagesschau.de, dass bereits bei CETA genau diese Klagerechte im Vertragstext stehen. Was unternehmen sie denn jetzt dagegen? Vertrauen kann auch dadurch aufs Spiel gesetzt werden, dass wir als Gesetzgeber immer schneller immer neue Reformgesetze verabschieden. Das ist nicht nur für die Rechtsanwender eine Zumutung. Nehmen wir das Insolvenzrecht. Statt jetzt eine mittelmäßig gelungene Neuregelung zum Konzerninsolvenzverwalter auf den Weg zu bringen und im nächsten Jahr dann das Anfechtungsrecht zu reformieren, sollten Sie vielleicht einfach den Gesetzentwurf noch einmal zurücknehmen und dann ein Gesetz auf den Weg bringen, das die drängenden Probleme gleich mit erfasst. Auch der Gesetzentwurf zur Kinderpornografie sollte noch einmal überdacht werden, besonders bei dem missglückten Vorschlag zur Strafbarkeit bloßstellender Bilder. Die überfälligen Anpassungen an die EU-Richtlinie sind sicherlich angebracht, aber trotzdem gibt es Überlegungen, wie das Sexualstrafrecht mal grundsätzlich neu geordnet und entschlackt werden könnte. Ich denke hier an den Vorschlag des Deutschen Juristinnenbundes zu einer systematischen Neuordnung der Paragrafen 174 bis 177, der es wert ist, bedacht zu werden. Es gibt aber auch Fälle, wo die Belastungen der Menschen gerade durch eine Verzögerung des Gesetzesverfahrens gravierend sind. So haben Sie angekündigt, den steigenden Mieten durch die Mietpreisbremse einen Riegel vorzuschieben. Das ist ja gut gemeint, aber wenn jetzt diese Mietpreisbremse noch Monate auf sich warten lässt, dann war das ein Bumerang, da Sie allen die Gelegenheit geben, vorher noch einmal schnell rauszuholen, was rauszuholen ist. Auch bei der Frauenquote, die ja angeblich bis Ende des Jahres verabschiedet sein soll, erleben wir, dass die zeitliche Verzögerung leider nicht der Verbesserung des Entwurfs dient, sondern den Auseinandersetzungen zwischen den Koalitionspartnern. Sie wissen ja, dass Ihr Vorschlag uns Grünen längst nicht weit genug geht. Wenn Ihr Koalitionspartner jetzt noch weitere Aufweichungen verlangt, kann ich nur sagen, standhaft bleiben, sonst bleibt gar nichts mehr übrig von der Quote. Und dann gibt es da noch sinnvolle Projekte, die schon so lange in der Diskussion sind, dass ich nicht verstehe, warum sich da gar nichts mehr tut. Der Whistleblower-Schutz oder auf Deutsch Schutz der Hinweisgeber. Wir Grünen haben bereits in der letzten Legislatur nach umfangreichen Fachgesprächen einen Entwurf vorgelegt, den die Mehrheitsfraktionen abgelehnt haben, und von Ihnen haben wir dazu immer noch nichts gesehen. Wir können den Entwurf gerne noch einmal vorlegen. Sie können aber auch, wenn Sie nächste Woche auf dem Deutschen Juristentag in Hannover sind, Herr Minister, den parlamentarischen Abend der Grünen-Bundestagsfraktion besuchen. Dort werden wir den Entwurf noch einmal zur Diskussion stellen. Und wenn Sie dann überzeugt sind, bringen Sie das Gesetz doch einfach selber ein und verschaffen Sie ihm so die erforderliche Wehrheit. Bis dahin erst einmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Katja Koll war das Bündnis 90 Die Grünen. Weiter in der Debatte geht es jetzt mit Elvira Drubinski-Weiß für die SPD-Fraktion. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit dem Sound heute. Das ist wirklich schwierig. Und manche klugen Reden, fraktionsübergreifend, sind sehr, sehr schlecht zu verstehen. Und wir wollen jetzt versuchen, jetzt können wir es nicht mehr ändern in der laufenden Debatte, aber wir werden es heute Abend noch einmal neu einpegeln lassen. Weil es wäre ja schade, wenn diese großartigen Beiträge nicht alle hören würden. Und das ist halt wirklich schwierig. Das ist wirklich richtig extrem schwer. Wenn wir blöd gucken, hat es nicht mit Ihrer Rede zu tun, sondern mit dem Hörvermögen, das eingeschränkt ist. So, nächste Rednerin Elvira... Kurze Erklärung der Sitzungsleiterin, Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. Gut, zu Tonproblemen hier im Hohen Haus. Weiter geht es jetzt in der Debatte Elvira Drubinski-Weiß, SPD. Alle reden von TTIP, wir auch. Aber im Moment finde ich CETA viel wichtiger. Seit 2009 verhandelt die EU und Kanada über ein umfassendes Handelsabkommen. Das Abkommen soll, ähnlich wie TTIP mit den USA, Handelshemmnisse senken und Kooperationen bei der Standardsetzung entwickeln. Sowohl die EU als auch Kanada versprechen sich davon ein gesteigertes Wirtschaftswachstum, auch ein Zuwachs an Arbeitsplätzen. So weit? Vielleicht so gut. Aber schauen wir doch mal genauer hin. Ich möchte es etwas deutlicher sagen. Es gibt mehrere Passagen, das ist ja auch gerade eben schon mal kurz angeklungen, die wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sehr kritisch sehen. Raus muss aber auf jeden Fall das Kapitel über die außergerichtlichen Streitschlichtungsverfahren, bekannt auch als Investorenschutz, abkommen. Es kann doch nicht sein, dass zwischen zwei Staaten mit entwickelten Rechtssystemen Investoren die Möglichkeit haben, die EU oder ihre Mitgliedstaaten direkt auf Entschädigungen für entgangene Gewinne oder sogenannte indirekte Enteignungen zu verklagen. Lange hieß es, am 25. September soll der formelle Abschluss der Verhandlungen durch die Parapierung des Vertragstextes erfolgen. Letzte Woche dann die Botschaft, die EU-Behörde will die Verhandlungen zu CETA für abgeschlossen erklären, ohne den Text vorher paraffiert zu haben. Die Parapierung ist vielleicht nur in Anführungszeichen eine Formalie, aber eine mit Symbolcharakter. Denn hier wird doch der Versuch unternommen, Kritik des Parlamentes zu umgehen. Das müssen wir verhindern. Der Investorenschutz muss raus, sowohl aus CETA als auch aus TTIP. Was bewegt die Menschen derzeit verbraucherpolitisch in Deutschland noch? Einige Punkte hat der Herr Bundesjustizminister und für den Verbraucherschutz zuständiger ebenfalls genannt. Ein kurzer Blick durch die Schlagzeilen der letzten Tage. Die EZB senkt den Leitsitz auf 0,05 Prozent. Die Frage der Verbraucherinnen und Verbraucher geht die Enteignung weiter, wälzen die Banken den EZB-Strafzins auf mein Konto ab, oder tricksen leicht gemacht, sind Hotelbewertungen im Internet verlässlich, oder Millionen Deutsche werden online abgezockt. Tappe ich jetzt nach der Button-Lösung, die ja eine Verbesserung gebracht hat, in eine neue Falle. Ich nenne hier das Stichwort Hausaufgabenhilfe, vielleicht gerade für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, oder auch das Thema, wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihren Braten zu Ende braten sollen, Thema Rezeptzugang. Oder umstrittener Fahrdienst Uber, legal, illegal, SCH, Punkt, Punkt, egal. Frage der Verbraucher. Ist das Unternehmen Uber mit den ja offensichtlich akzeptierten Mitfahrgelegenheiten vergleichbar? Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dies ist natürlich eine kleine, zugegeben auch provokante Auswahl. Wir wissen, das Themenspektrum ist viel größer und die Reaktion der einzelnen Konsumenten auf solche Schlagzeilen sicherlich sehr verschieden. Klar ist, folgt man den Ergebnissen der Verbraucherforschung und erkennt an, dass es sowohl den Verletzlichen wie den Vertrauenden und den verantwortungsvollen Verbrauchern gibt, bedarf es verschiedener Arten der Ansprache und Unterstützung dieser verschiedenen Gruppen seitens der Politik. Und Herr Kollege Lindner, noch mal als Hinweis für Sie, den mündigen Verbraucher, die mündige Verbraucherin gibt es nicht. Antworten beziehungsweise Lösungen zu finden auf die sehr vielfältigen Fragen und Probleme am Finanzmarkt oder in der digitalen Welt stehen in dieser Legislaturperiode klar im Vordergrund unserer Verbraucherpolitik. Das spiegelt sich auch im Haushalt des Bundesministeriums wieder. Wir werden zukünftig verschiedene Verbraucherzentralen in den Bereichen Finanzmarkt und digitale Welt mit einer Marktwächterfunktion ausstatten, die die Konsumenten in die Lage versetzen sollen, sich am Markt sicherer zu bewegen. Und wir wollen weitere im Koalitionsvertrag festgeschriebene Projekte voranbringen, wie zum Beispiel die Einsetzung des Sachverständigenrats. Der Herr Bundesminister hat ja bereits darauf hingewiesen. Nicht neu im Koalitionsvertrag und bereits über mehrere Jahre Bezuschuss, etwa die Stiftung Warentest. Als unbestechliches Portal für Produktbewertung, aber auch als Informationsplattform verdient sie weiterhin unsere größte Anerkennung und finanzielle Unterstützung. Wir sehen aber auch die europäische Dimension des Verbraucherschutzes. Das Netzwerk der europäischen Verbraucherzentren und hier vor allen Dingen das europäische Verbraucherzentrum in Kehl leisten seit Jahren hervorragende grenzüberschreitende Dienste. Diese Funktionsfähigkeit muss unbedingt weiter sichergestellt werden. Und bei den eben zitierten Schlagzeilen müssen wir uns auch die Frage gefallen lassen, haben wir alle Problembereiche schon im Blick, investieren wir genug unserer Mittel in die Forschung der Verbraucherpolitik und wie können wir die aktuell zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel optimal verteilen. Der Herr Minister hat Mietpreisbremse, Bestellerprinzip im Maklerrecht bereits angesprochen. Es gibt weitere Fragen des Bildungs- und wissenschaftsrechtlichen Urheberrechts. Gesetzliche Regelungen über die Höhe der Dispozinsen wurden genannt. Das ist das wichtige Konto für jedermann. Diese Arbeitsvielfalt im Bereich Verbraucherpolitik erfordert jedoch auch in unserem Ministerium die entsprechende Man- und Woman-Power. Ich unterstütze den Ausbau der personellen Ausstattung und fordere, die räumliche Trennung von Justiz und Verbraucherpolitik im BMJV im Sinne einer effektiven Arbeitsatmosphäre schnellstmöglichst zu beenden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Rede von Elvira Drobinski-Weiß für die SPD-Fraktion war. Das nächste Redner ist jetzt Volker Ullrich für die CDU-CSU. Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Ereignisse der letzten Wochen haben uns den Wert eines funktionierenden Rechtsstaats vor Augen geführt. Der Schutz der Würde des Menschen und die Gewährleistung von Recht und Gerechtigkeit sind zentrale Aufgaben der Politik. Wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, um gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel zu kämpfen. Die Gespräche, die bislang geführt worden sind, sind vielversprechend, aber noch nicht zufriedenstellend. Wir haben bei zahlreichen Punkten noch keine Einigkeit hinbekommen, die wir eigentlich erzielen müssten, wenn wir es mit dem Schutz der Opfer wirklich ernst meinen müssten. Ich spreche an, dass wir bei der Frage des Prozessionsgesetzes und dem Weisungsrecht nicht weitergekommen sind. Die Frage des Mindestalters und die Frage der Gesundheitsuntersuchungen und der verpflichtenden Beratungen stehen noch im Raum. Und es ist auch nicht absehbar, wann das Bundesjustizministerium mit dem Bundesfamilienministerium endlich den Gesetzentwurf vorlegt. Weil wir im Augenblick nicht mehr zögern dürfen, sondern wir werden uns langsam für unser Zögern verantworten müssen, wenn wir in dieser Frage nicht endlich zu einer politischen Entscheidung kommen. Es gilt, wenige Frauen haben ein Gesetz und viele Frauen, die jetzt Hilfe benötigen, haben keinen gesetzlichen Schutz. Das müssen wir ändern. Es sei in dieser Debatte auch auf die Ereignisse der letzten Tage in Sachen Scharia-Polizei noch einmal hingewiesen. Es gilt der Satz, dass die Scharia nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Einklang zu bringen ist. Und wer die Scharia und Dschihadisten unterstützt, will nichts anderes, als diese freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Und ich glaube, dass wir schon darüber debattieren sollten, weil die Frage nicht erlaubt ist, ob es doch harmlos sei, wenn es nur zehn sind, ob es zu tolerieren sei, wenn es hundert sind. Wo fangen wir an und wo hören wir auf? Wenn unser Rechtsstaat angegriffen ist und wenn Meinungen geäußert werden, die mit der Würde des Menschen nicht vereinbar sind, dann hat der Staat gemäß dem Motto, wäre den Anfängen sofort zu handeln. Und deswegen brauchen wir auch gesetzliche Grundlagen, um diese Umtriebe zu verhindern. Gesetzliche Grundlagen, die über das reine Versammlungsrecht hinausgehen. Der Rechtsstaat muss wehrhaft sein, wehret den Anfängen. Und wir brauchen auch härtere Gesetze für diejenigen, die Sympathie haben mit Terrorbanden wie der ISIS und die internationale Dschihadisten unterstützen. Wer Sympathie zeigt für radikale Salafisten, für Unterstützer der ISIS, begeht nichts anderes als eine Art geistige Komplizenschaft mit Tod und Terror. Das muss durch Mittel des Strafrechtes begegnet werden. Meine Damen und Herren, die Frage der Wirksamkeit des Rechtsstaats wird auch durch das Verfahren bestimmt. Vertrauen in den Rechtsstaat kann nur wachsen und gleich bleiben, wenn die Verfahren zügig abgeschlossen werden und wenn Überlastungsvorkommnisse an unseren Gerichten minimiert oder gar der Vergangenheit angehören. Und in diesem Zusammenhang ist es zu begrüßen und es ist eine gute Leistung, dass trotz eines ausgeglichenen Haushaltes der Justizetat in diesem Jahr leicht ansteigt. Und es im Großen und Ganzen keine Stellenkürzungen bei den Gerichten gibt, die den Bund obliegen. Ganz anders sieht es in einigen Ländern aus. Und da, Frau Kollegin Keul, verstehe ich Ihre Irritation über Verfahrensfehler nicht. Wenn dort in den Ländern, wo die Grünen maßgeblich in der Regierung sind, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, dort wird bei der Justiz gespart. Dort werden Stellen abgebaut und Sie können sich hier nicht beklagen. Und dort, wie die Grünen die Verantwortung tragen, wird die Justiz totgespart. Das ist kein redliches Verhalten. In Baden-Württemberg werden 2015 30 Millionen Euro bei der Justiz eingespart, 2016 40 Millionen Euro. In Rheinland-Pfalz fallen in den nächsten zwei Jahren 86 Stellen bei der Justiz fort. Und ich glaube, wir sollten als Bundestag auch den Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern signalisieren, es gibt nur ein einheitliches Funktionieren unseres Rechtsstaates. Und die Gesetze, die der Bund beschließt, müssen auch durch eine funktionierende Justiz in den Ländern angewandt werden. Und wenn die Länder hier kürzen, gefährden sie dadurch auch Stück für Stück das Vertrauen und die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates. Und dagegen sollten wir uns alle gemeinsam wenden. Meine Damen und Herren, bei allen Detailfragen in vielen Themen, die wir rechtstechnisch debattieren und die wir in vielen anderen Punkten angehen, bleibt eines unserer vordringlichsten Aufgabe der Schutz, der Würde des Menschen und die Geltung des Rechts und Gerechtigkeit. In diesem Sinne lassen Sie uns gemeinsam diesen Justizhaushalt beraten und zu einem guten Abschluss bringen. Vielen Dank. Volker Ullrich war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Metin Hagberdi für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die sozialdemokratische Fraktion freut sich, dass mit dem Entwurf dieses Einzelplans insbesondere die Verbraucherpolitik konsequent und adäquat in unserem Sinne weiterentwickelt wird. Das betrifft die zielgerichtete weitere Stärkung der Verbraucherzentralen. Geld, was wir in diesem Bereich investieren, ist doppelt gut investiertes Geld. Erstens sparen wir den Bürgerinnen und Bürgern wertvolle Zeit, indem wir die Verbraucherzentralen so ausstatten, dass sie im Bereich der Finanzmärkte und Banken eine Marktwächterfunktion übernehmen. Aber zweitens hat bereits die bloße Existenz von Marktwächern eine positive Auswirkung auf den Markt selbst. Die Anbieter von Finanzprodukten werden in Kenntnis der Marktwächter bei der Entwicklung und dem Vertrieb ihrer Produkte in Zukunft vorsichtiger sein. Und das ist auch gut so. Besonders wichtig ist, dass auch im Bereich der digitalen Welt eine weitere Stärkung des Verbraucherschutzes stattfinden wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal die AGB-Änderungen bei Facebook, bei Amazon, iTunes oder bei anderen Internetanbietern gelesen haben, wer möchte auch seine Lebenszeit darauf erwähnen, das wöchentlich zu tun. Wir finden es richtig, dass sich einzelne Verbraucher nicht mit den AGBs rumschlagen müssen. Wir müssen unsere Verbraucherzentralen befähigen, als Anwälte der Verbraucherinnen und Verbraucher zu agieren. Das tun wir nun, indem wir ihnen die finanziellen Mittel geben, um für die Verbraucher einzutreten. Wir werden aber auch die rechtlichen Rahmenbedingungen verbessern. Gesetz zur Verbesserung der zivilrechtlichen Durchsetzung von verbraucherschützenden Vorschriften des Datenschutzrechts. Hört sich kompliziert an, ist aber in der Sache ganz einfach. In Zukunft müssen Internetdienstleister, die mit den Daten ihrer Kunden nicht sorgfältig umgehen, damit rechnen, dass nicht nur einzelne Kunden gegen sie vorgehen werden. In Zukunft werden wir dafür sorgen, dass diese Dienstleister es mit den Verbraucherzentralen zu tun bekommen, die wir dafür auch finanziell ausstatten. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist Waffengleichheit. Das ist sozialdemokratische Politik. Und das macht den Unterschied ganz konkret für jede einzelne Verbraucherin und für jeden einzelnen Verbraucher. Zu einer Debatte über den Haushalt gehört aber auch, dass die Rechtspolitik in einem breiteren Sinne aufgegriffen wird. Ein Thema, dessen Beratung wir in den nächsten Monaten aufnehmen, aber noch intensiv in den nächsten Jahren weiterführen werden, betrifft die Sterbehilfe. Das Thema treibt die Menschen in unserem Land um. Meiner Ansicht nach ist es wichtig, dass wir nicht eine entkoppelte Gesinnungsethikdebatte führen, die die Nöte und Sorgen der betroffenen Menschen aus den Augen verliert. Sterben, menschenwürdiges Sterben, ist kein abstrakter Gegenstand einer Ethikdebatte. Menschenwürdiges Sterben ist eine sehr konkrete Angelegenheit. Es kommt auf die konkrete Situation der betroffenen Menschen an. Das ist der Suizidwillige, die behandelnden Ärzte und die Angehörigen. Diese müssen im Fokus bleiben. Die eine gute und richtige Entscheidung wird es in dieser Frage wohl nicht geben. Aber am Ende werden wir eine vertretbare Entscheidung treffen müssen. Eine gute und richtige Entscheidung werden wir bei der Einführung der Mietpreisbremse treffen. Mir ist sie besonders wichtig. In Wilhelmsburg, einem Hamburger Stadtteil, in dem der Wahlkreis liegt, in dem ich gewählt wurde, hat im letzten Jahr eine internationale Bauausstellung stattgefunden. Diese soll auch eine Aufwertung bewirken, die ich übrigens sehr unterstütze. Die Menschen aber haben Angst, verdrängt zu werden. In vielen Einzelgesprächen haben sie mir ihre Ängste geschildert. Sie wollen nicht den Stadtteil verlassen, in dem sie aufgewachsen sind. Ich möchte nicht, dass die Wilhelmsburgerinnen und Wilhelmsburger wegziehen müssen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Wohnraum muss bezahlbar bleiben. In Wilhelmsburg genauso wie in Bergerdorf und Harburg, genauso wie in Berlin, München, Frankfurt und an anderen Orten Deutschlands. Die Bürgerinnen und Bürger müssen, nachdem sie die Miete gezahlt haben, noch genug im Portemonnaie haben, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Um das zu erreichen, brauchen wir die Mietpreisbremse. Auch wenn wir mit den Kolleginnen und Kollegen von der Union noch Einzelfragen klären müssen, sage ich den Bürgerinnen und Bürgern in Wilhelmsburg, Harburg und Bergerdorf, die Mietpreisbremse wird kommen, und sie wird gut, und sie wird helfen. Abschließend möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf ein weiteres Gerechtigkeitsproblem lenken. Es geht um die Frauenquote in Aufsichtsräten. Zitat Solange Selbstregulierung, das ist ein Zitat, solange Selbstregulierung erfolgversprechend ist, bedarf es gerade keiner gesetzlichen Quoten. Diese Annahme von Sabine Leuthäuser-Schnarberger hat sich eben als falsch erwiesen. Die beschlossene Selbstverpflichtung von 2001 hat eben nicht zu Chancengleichheit der Frauen in Spitzenpositionen der Wirtschaft geführt. Der Minister hat in seiner Eingangsrede die Zahlen genannt. Diese Diskriminierung der Frauen, und machen wir uns mal nichts vor, um nichts anderes handelt es sich. Es handelt sich um Diskriminierung. Es muss gesetzgeberisch entgegengetreten werden. Ich bin überzeugt, dass die Frauenquote in Aufsichtsräten ein erster Schritt ist. Gelingt es der Wirtschaft nicht, auch in Vorständen eine deutliche Erhöhung des Anteils von Frauen zu erreichen, wird der Gesetzgeber wieder tätig werden müssen. Alle sind gut beraten, es nicht darauf ankommen zu lassen. Glück auf. Vielen Dank. Die Rede von Metin Haqverdi war das für die SPD-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Mechthild Heil für die CDU-CSU. Sehr geehrte Kollegen! Sehr geehrte Frau Präsidentin! In allen Debatten zu verbraucherpolitischen Fragen wird immer der gleiche Gegensatz zwischen der Wirtschaft und den Verbrauchern konstruiert. Für meinen Geschmack haben sich leider viel zu viele mit diesem Feinbild gut angefreundet. Ja, es gibt viel zu viele, die das sogar befeuern. Die Wirtschaft auf der einen Seite ruft dann immer, lasst uns doch nur in Ruhe. Weniger Eingriffe, umso besser. Die Verbraucherverbände und die NGOs, die sagen uns, wir brauchen mehr Regeln, wir brauchen härteres Durchgreifen bis hin zu Totalverbot von bestimmten Produkten. Nur so können wir dann die Verbraucher richtig schützen. Und auch heute hören wir Ähnliches. Wir hören, die Dispo-Zinsen müssen gedeckelt werden. Und das an dieser Stelle auch, Herr Minister Maas, das ist nicht Gegenstand unseres Koalitionsvertrages. Auch wenn Sie das heute hier so gesagt haben. Wir hören, vermeintlich ungesunde Lebensmittel sollen Warnfarben tragen und dürfen nur noch beschränkt beworben werden. Das Gleiche gilt auch für manche Finanzanlageprodukte. Da sind die Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt. Und die Politik kriegen einen ganz, ganz großen Wunschzettel vorgelegt. Es soll gebremst, gedeckelt und verboten werden. Das Misstrauen gegenüber der Wirtschaft wird geschürt. Auf der anderen Seite wird die moralische Überlegenheit der eigenen Position nicht mehr infrage gestellt. Ein Beispiel möchte ich Ihnen geben aus dem großen Forderungskatalog. Wir alle, und ich glaube, das ist unstrittig, essen zu süß, wir essen zu fettig und wir essen zu salzig. Und da wir alle unbelehrbar sind, soll das verboten werden. Gefordert wird dann von der Fettsteuer über die Verbannung von den Süßigkeiten aus den Regalen bis hin zu der Verringerung der Abfüllmengen von Limonaden, alles. Aber glaubt jemand, auch hier von uns, wirklich ernsthaft, dass diese Verbote uns am Ende alle ein wenig weniger krank, ein wenig weniger dick oder weniger unglücklich machen? Und will irgendjemand von uns wirklich in einem solchen Verbotsstaat leben? Ich kann das beantworten, ich will das nicht. Und deshalb sage ich auch, unsere Antwort kann nur heißen, beide Seiten tragen Verantwortung. Auf der einen Seite die Wirtschaft und auf der anderen Seite die Kunden. Und wir als Koalition entlassen auch keiner dieser beiden Partner aus ihrer Verantwortung. Denn Wirtschaft und Verbraucher, das sind keine Gegensätze oder sogar keine Feinde. Sie bedingen einander. Aber ihr Umgang miteinander braucht bestimmte Regeln. Und ich möchte an der Stelle die Verbraucherzentrale Bundesverband zitieren, die ist wunderbar formuliert. Wenn ich darf, zitiere ich, die Idee des Verbraucherschutzes ist so eng mit dem Schutz des Gemeinwohls verbunden, dass der Staat es sich nicht leisten kann, die Verbraucherpolitik nur als Kontrapunkt der Wirtschafts- und Industriepolitik zu betrachten. Verbraucherpolitik ist Wirtschaftspolitik von der Nachfrageseite her. Wir können es uns deshalb nicht leisten, weil es den Verbrauchern schaden würde. Ich möchte das an einigen Beispielen verdeutlichen. Am 1. August ist das neue Honoraranlageberatungsgesetz in Kraft getreten. Neben der klassischen Beratung auf Provisionsbasis können sich nun die Verbraucher auch gegen ein Honorar beraten lassen. Und so weit, so gut. Ja, und es können auch Fehlanreize bei Beratern bestehen. Sie können mehr an ihren eigenen Geldbeutel denken als an den Geldbeutel ihrer Kunden. Aber das gilt für einen Honorarberater genauso wie für einen Berater, der auf Provisionsbasis arbeitet. Nun hören wir immer wieder die Forderungen, die provisionsbasierte Beratung sollte komplett abgeschafft werden. Ich finde, das ist völliger Unsinn. Denn wir müssen an die Menschen denken, die sich keine dieser 50 bis 100 Euro Beratungshonorare pro Stunde leisten können, wenn sie zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung abschließen wollen. Was würde denn mit denen passieren? Wir sind nämlich nicht hier gewählt, um immer neue Regulierungs- oder Versorgungsorgien zu feiern. Das wäre meist sicherlich der einfachere Weg, aber es ist fast auch immer der falsche Weg. Mit Verboten, mit Deckeln, mit Bremsen werden wir die verbraucherpolitischen Fragen unserer modernen Zeit nicht beantworten. Nachhaltig schon gar nicht. Ich plädiere für eine wissenschaftlich und empirisch fundierte Verbraucherpolitik. Sie greift auf die Sachverständnis von Experten zurück, auf Erkenntnisse aus der Verbraucherforschung und auf die Ergebnisse der Marktbeobachtung, zum Beispiel durch die spezialisierten Verbraucherzentralen. Wir werden einen Sachverständigenrat einrichten. Die Pläne, haben wir eben gehört, liegen schon in der Schublade des Verbrauchersministeriums. Herr Minister, ich würde mich dann wirklich auch freuen, wenn ich schon bei Ihnen vorliegen, dass Sie dann auch das Licht der Öffentlichkeit erblicken würden, zumal Sie dann ja schon im Oktober mit Ihrer Arbeit beginnen sollen. Wir stellen erneut Gelder, nämlich 637.000 Euro, für die Verbraucherforschung und für die Finanzierung einer Stiftungsprofessurverbraucherrecht ein. 225.000 Euro immerhin dafür. Und wir sorgen für eine intensivere Marktbeobachtung durch die Verbraucherzentralen. Wir hatten bereits im letzten Haushaltsjahr, im Jahre 2013, dem VZBV 2,5 Millionen Euro als Anschubsfinanzierung für den Finanzmarkt Wächter zur Verfügung gestellt. Und mit diesem Geld können die Verbraucherzentralen erstmalig die wertvollen Erkenntnisse, die Sie aus Ihrer flächendeckenden Beratung erhalten, systematisch erfassen. Und die Daten können dann erstmalig ausgewertet werden, analysiert und am Ende auch uns als Politiker zur Verfügung gestellt werden. Diese 2,5 Millionen Euro sind bis jetzt im Haushalt 2015 ebenfalls enthalten. Und ich als Beauftragte für Verbraucherschutz würde natürlich diese Summe auch gerne erhöhen. Wegen mir auch, wie wir angedacht hatten, auf die 4,5 Millionen Euro vorausgesetzt, wenn das Modell des Wächters wirklich trägt und wir das in andere Bereiche ausweiten wollen. Außerdem erhöhen wir die institutionelle Förderung für den Verbraucherzentrale Bundesverband und stärken damit die Stimme der Verbraucher, wie die sich selber nennen. Darüber hinaus gibt es viele Bereiche, in denen wir Verbraucherpolitik gestalten, ohne dass es sich im Haushalt widerspiegelt. Einige Beispiele. Wir wollen Verbraucherinformationen verständlicher gestalten, zum Beispiel bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder bei den Beratungsprotokollen. Wir wollen eine Diebstahlsperre für Handys durchsetzen. Wir wollen eine transparente Kennzeichnung von homöopathischen Mitteln. Wir sorgen für sichere Lebensmittel, klare Kennzeichnung, artgerechte Tierhaltung und dafür, dass die Bevölkerung bei Verstößen gegen Lebensmittel recht frühzeitig und auch realistisch gewarnt wird. Wir fördern einen gesunden Lebensstil, indem wir die Menschen zu einer gesunden Ernährung, aber auch zu ausreichend Bewegung motivieren. Das sind nur einige Beispiele. Wir wissen alle, dass Verbraucherschutz eine Querschnittsaufgabe ist und fast alle Politik drei Bereiche betrifft. Mit unserer Verbraucherpolitik schauen wir aber wirklich auch über den Tellerrand hinweg und nicht nur nach Europa, sondern auch weiter als Deutschland und Europa. Wir erkennen, dass es Produkte gibt, die eben nicht unter so fairen und nachhaltigen Bedingungen wie bei uns in Deutschland hergestellt werden. Ich denke da zum Beispiel an den Bereich Kleidung. Unser Entwicklungsminister Gerd Müller hat dieses Thema aufgenommen. Gemeinsam mit der Wirtschaft werden Mindeststandards entwickelt. Am Ende soll ein Label stehen, das den Verbrauchern die Entscheidung für einen nachhaltigen Konsum erleichtert. Das ist ein gutes Beispiel. Wir, die CDU, CSU, die Koalition, sind die verbindende Kraft zwischen den Kunden und der Wirtschaft. Und deshalb ist auch unsere Verbraucherpolitik so erfolgreich. Vielen Dank. Das sagt die Verbraucherschutzbeauftragte der CDU, CSU-Fraktion, Mechthild Heil. Jetzt erwarten wir am Rednerpult Klaus-Dieter Gröler für die CDU, CSU-Fraktion, der letzte Redner hier zu diesem Einzelplan. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, meine Damen und Herren, als letzter Redner zu dem Einzelplan gestatten Sie mir vielleicht eine allgemeine Einleitung. Der Kollege Lindner wartet schon darauf. Das ist sehr gut. Ich will Sie noch mal ein Momentchen zurücknehmen. Heute vor einem Jahr standen wir alle auf der Straße und haben fleißig Wahlkampf gemacht. Und damals passierte es mir hier in meinem Wahlkreis in Berlin, dass ich ein älteres Ehepaar traf am Rüdesheimer Platz. Und die sagten auf meine Frage, darf ich Ihnen das Regierungsprogramm der CDU, CSU mitgeben, sagten die mir, wir haben nicht viel Zeit. Dachte ich, typisch Pensionäre. Aber der Mann sagte zu mir, nennen Sie mir drei Gründe, warum wir Sie wählen sollen. Sagte ich, damit Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Dass es keine Steuererhöhungen gibt. Und dritter Punkt. Dass es keine Schulden in Zukunft neu mehr gibt. Daraufhin sagte der Mann zu mir, meine Damen und Herren, okay, über die Merkel kann man nicht meckern. Der Originalton Berlin, das ist, glaube ich, mit so das höchste Lob, was ein Berliner verteilen kann. Ja, ich sehe vom Kollegen Nutschak Zustimmung an der Stelle. Aber dann sagte er, junger Mann, und ich weiß nicht, ob das seine Distanz zur Politik darstellen sollte oder für mich Lob sein sollte, junger Mann, das mit den Schulden, das glauben Sie doch selbst nicht. Er sagt, die Politik ist doch viel zu verliebt in immer neue Projekte. Und Sie werden doch aus dieser Spirale nie rauskommen. Gucken Sie sich mal die Geschichte der Republik an. Sie haben immer neue Schulden gemacht. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob dieser Bürger sich an dieses Gespräch erinnert, wenn er jetzt in der Zeitung von der schwarzen Null liest. Aber ich will ihm, vielleicht guckt er ja auch Parlamentsfernsehen, weiß ich nicht, bei dem schönen Wetter, ganz bestimmt nicht. Aber ich will ihm pass pro toto zurufen. Nein, wir haben dieser Versuchung widerstanden. Dieser Haushalt ist ausgeglichen. Und warum erzähle ich diese kleine Geschichte, meine Damen und Herren? Warum? Weil sie auch bei den Haushaltsberatungen für einen so kleinen Etat wie den von Minister Maas leitend sein muss, meine Damen und Herren. Weil auch bei einem so kleinen Etat wir in Zukunft der Versuchung widerstehen müssen, eben immer noch was obendrauf zu packen. Wir als Haushaltsgesetzgeber, meine Damen und Herren, haben zwei Drittel der Existenz dieses Parlaments, vor 65 Jahren war ja fast auf den Tag genau die erste Sitzung, zwei Drittel der Existenz des Haushaltsgesetzgebers haben wir uns immer damit bemüht, einfach oben was drauf zu packen. Und zu sagen, auch in den Haushaltsberatungen, wenn hier noch was fehlt und da noch was fehlt, wir weiten einfach den Etat aus. Damit ist jetzt Schluss. Das ist auch an uns eine größere Herausforderung, auch für die Arbeit der jeweiligen Berichterstatter. Wir werden in Zukunft, wenn wir an der einen oder anderen Stelle feststellen, da fehlt was, dann werden wir einen Deckungsvorschlag machen müssen. Das ist für die Politik vielleicht auch eine zusätzliche Hürde, aber es macht es auch ein Stück weit spannender. Und an drei Punkten des Haushalts, glaube ich, lohnt es sich, noch mal ein Stück weit vertieft reinzuschauen. Da ist zum einen die Frage, es klang eben schon so ein bisschen an bei meinen Vorrednern, die Rechtsweggarantie unseres Grundgesetzes aus Artikel 19. Die muss natürlich auch mit Leben erfüllt sein. Und ich hatte vor einigen Tagen eine Gruppe von chinesischen Schülerinnen und Schülern zu Besuch und die sagten mir, wie funktioniert in Deutschland ein Strafprozess. Dann habe ich mal versucht, in ganz wenigen Minuten denen das darzustellen, und die bekamen ganz leuchtende Augen. Was ich Ihnen natürlich nicht gesagt habe, ist, dass der eine oder andere Bürger, wenn er manchmal im Zivilprozess unterwegs ist, er schon, was die Länge der Verfahren angeht, am Rechtsstaat ein ganz klein wenig zweifelt. Und wenn man sich auch die Eingangssituation bei den Verwaltungsgerichten als Eingangsinstanz anschaut, dann weiß man eben auch, dass zwischen dem Moment, wo man zum Gericht geht und dann tatsächlich Recht bekommt, viele, viele Jahre liegen können. Frau Winkelmeier-Becker hatte darauf hingewiesen, das Abziehen einer Stelle aus dem Bundesverwaltungsgericht rüber ins Ministerium ist an der Stelle aus meiner Sicht das falsche Signal, auch das falsche Signal an die Länder. Und darüber werden wir reden müssen. Und wenn wir im Koalitionsvertrag gesagt haben, wir wollen das Rechtsprechungsmonopol des Staates stärken, illegale Paralleljustiz werden wir nicht dulden, dann werden wir an der Stelle es auch entsprechend darstellen müssen. Mein Kollege Rohde hatte zu Recht seine Ausführungen weitestgehend auf das Patentamt beschränkt. Lassen Sie mich sagen, auch das ist ja eine Frage effektiven Rechtsschutzes, gewerblichen Rechtsschutz. Der Laden muss vernünftig laufen, wenn ich das mal ein bisschen zusammengefasst sagen darf. Aber die Situation, dass man lange braucht, bis man sein Patent bekommt, hängt ja nicht nur mit der Personalsituation zusammen, sondern auch mit einer erfreulichen Situation, nämlich dass die Zahl der Anträge von 59.000 Patente pro Jahr auf inzwischen 63.000 gestiegen ist. Wir haben 13 Prozent mehr Patentanträge heute als noch vor vier Jahren. Und wir haben dort eine Menge offener Stellen. Insofern ist die Frage, einfach zusätzlich Stellen zu fordern und zu sagen, da hätte das Ministerium mehr ausstatten müssen, sicherlich nicht die richtige Argumentation. Wir werden uns vertieft in den nächsten Tagen anschauen müssen, ob denn die Mitarbeitergewinnung im Amt vernünftig läuft, ob vielleicht die Anforderungen zu hoch sind an Neueinstellungen. Aber eins kann ich an der Stelle unterstreichen, lieber Kollege Rohde. In der Tat, die Koalition wird hier keinen Blindflug ohne Navigationsgerät machen. Wir sind nicht die Opposition, wir sind die Koalition. Und das unterscheidet uns nicht nur an dieser Stelle ganz besonders. Stichwort Verbraucherschutz, meine Damen und Herren. In der Tat, wir geben dort 29 Millionen aus, nur aus dem Etat von Minister Maas. 4,5 Millionen mehr. Aber wir müssen eben auch sehen, dass wir durch die Einführung der sogenannten Marktwächter, ich sage zu der Begrifflichkeit gleich mal noch was, die bisherigen Aufgaben des Verbraucherschutzes nicht vernachlässigen. Da darf es jetzt kein Ungleichgewicht geben. Da hat die Verbraucherzentrale, der Bundesverband ja schon ein Stück drauf hingewiesen. Was mich aber stört, meine Damen und Herren, ist der Begriff Marktwächter. Und auf den sollten wir es auf Dauer nicht verkürzen. Ja, das ist ja durchaus richtig. Aber wenn wir dann intensiver darüber sprechen, auch fachlich, lieber Herr Kollege, dann müssen wir eben sehen, es geht um die verbraucherorientierte Beobachtung des Finanzmarktes. Und wir sollten bei den Leuten auf Dauer nicht den Eindruck erwecken, dass der Wächter auch der ist, der dann nachher strafen kann, sondern es ist erst mal der, der beobachtet. Und dementsprechend sollten wir ihn auch ausstatten. Die eigentliche Bearbeitung der Vorgänge ist dann nachher eine hoheitliche Maßnahme, die sicherlich nicht der Bundesverband oder die einzelnen Landesverbraucherzentralen bearbeiten können. Also insofern sollten wir an der Stelle ein Stück vorsichtig mit der Begrifflichkeit sein. Ein letztes Wort noch erfreulich, das Präventionsmodell Dunkelfeld, meine Damen und Herren. Also der Schutz vor pädophilen Männern kann erhöht werden von früher 250, nun auf 560.000 Euro im Jahr. Ich finde, das ist eine sehr angenehme Situation. Jetzt sehe ich, der Kollege Klaus will meine Redezeit verlängern. Ich möchte gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich frage Sie, ich gehe davon aus, dass Sie da zustimmen. Bitte schön, Herr Kollege Klaus. Ja, vielen Dank. Da unsere Vorschläge jetzt zum zweiten Mal mit dem Begriff Blindflug geadelt wurden, bleibt mir gar nichts weiter übrig, Sie zu fragen, ob Sie bereit sind, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir diese Vorschläge unter den Berichterstattern für den Einzelplan 7 in der vorigen und in der vorvorigen Beratung, in diversen BE-Gesprächen, bei mehreren Besuchen beim Patentamt erarbeitet haben. Und der Kollege Rode hätte bestimmt nichts dagegen, wenn Sie den Kollegen Binding in unserem Parlament als Kronzeugen für die solide Erarbeitung dieser Vorschläge zu Rate ziehen könnten. Und ich frage Sie, ob Sie das mal zur Kenntnis nehmen können, dass es hier nicht um Blindflüge handelt bei den Vorschlägen, sondern um solide ausgedachte Überlegungen. Also, Herr Kollege Klaus, wenn ich in einem Patentamt fast 10 Prozent aller vorhandenen im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen auf Dauer immer wieder unbesetzt habe, dann stellt sich aus meiner Sicht erst mal die Frage, wie kriege ich diese Stellen besetzt, und nicht die Frage, muss ich noch zusätzliche Stellen in den Haushaltsplan reinschreiben. Insofern haben wir da offensichtlich eine unterschiedliche Auffassung. Ich verstehe aus Oppositionssicht, dass man sagt, der Haushaltsansatz ist falsch. Aber vielleicht stimmt da Oppositionssicht und tatsächliche Situation nicht überein. Ich bin aber sehr zuversichtlich, wenn ich das abschließend sagen darf, die letzten Berichterstattergespräche waren ja über Fraktionsgrenzen hinweg konstruktiv, dass wir auch diese Frage abschließend dann miteinander gut besprechen können. Und dann wird die Opposition sehen, dass sie an der Stelle nicht milde walten lassen muss, sondern dass ein anständiger Bundeshaushalt vorgelegt wurde, sowohl im Einzelplan 07 als auch darüber hinaus. Und da bin ich sicher, dass wir das hier nachher dann abschließend im Spätherbst beschließen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.